Hallo und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 15 mit mir, Herr D.F. Irgendwie komisch mit so... keine Musik oder überhaupt irgendwie... Großgeräuschen. Ich habe, apropos Geräusche, ich habe die Sound, also Musik... Ich habe alles leiser gestellt. Ich habe alles ein bisschen leiser gestellt. Ich würde gerne mal jemanden reden hören, aber... können wir erstmal vergessen. Weil keiner reden will. Übrigens, das ist das Auto von Arden. Ich würde gerne jemanden reden hören, damit ich das vielleicht nochmal umstelle. Was ist das hier? Wir haben was gelernt. Okay. Ich. Okay. Da ist er auch. Da ist auch ein Item. Wo sind Viecher? Hallo, moin. Ja, der Speer ist gut. Ich habe mich abgewehrt. Ich habe ein bisschen Angst, um ehrlich zu sein, dass ich nicht mehr in die Gebiete zurückkomme, die ich die ganze Zeit war. weil, so wie es aussieht, ich dachte, wir kommen da irgendwann zurück. Aber irgendwie... Ich meine, es ist noch nicht so... Also... Wahrscheinlich nicht sehr früh kommen wir da zurück. Wie schnell die Zeit vergeht, wenn man Spaß hat. Ähm... Warum ich übrigens die Soundeffekte heruntergestellt habe, ich habe selbst gemerkt, ein bisschen zu spät, aber ich habe mittlerweile gemerkt, dass in Kämpfen doch ein bisschen sehr laut wird, vor allem, wenn ich Ramo beschwöre. Warte mal, Ardyn, ich hole mir erstmal das Alte mir. Eine Erzfähre, okay. Ardyn, was machst du hier? Meine Herren, ihr hier? Und da ist er auch schon. Kommt mit. Ich bringe euch an den Wachen vorbei. Ardyn. Keine Sorge. Ich rede mit den Jungs. So, Kinder. Auf geht's. Entfernt euch nicht zu weit von mir. Sicher wollt ihr unnötigen Ärger vermeiden. Besonders jetzt, wo ihr nur noch zu dritt seid. Na nun, keine schnippischen Bemerkungen heute? Wir haben dir nichts zu sagen. Treibt euch der Durst nach Wissen über verlorene Zivilisationen her oder doch eher Nitril? Ich glaub, der Typ kann Gedanken lesen. Nitril ist ein äußerst kostbares Mineral. Kein Wunder, dass das Imperium hier niemanden reinlassen will. Und? Gibst du uns jetzt welches? Was? Das hab ich nie gesagt. Na toll, wir brauchen es aber. Ihr müsst es euch schon selbst verdienen. Sonst macht das Ganze doch keinen Spaß. Wer sind das da für... Das ist doch die... Dragona. Also Dragoon. Kleines Sekündchen. Bin gleich wieder da. Was macht er denn jetzt bloß? Keine Ahnung. Alles klar. Ihr könnt durch. Äh... Mit Araneasch reden. Kann ich mit dir nochmal reden? Leider ist das Militär leicht paranoid und besteht auf permanente Beaufsichtigung. Darum hab ich euch die ideale Begleitung besorgt. Ich hab ihr bereits alles erklärt. Okay. Hallo, moin. Wir haben dich bekämpft. Und jetzt bist du unsere... Bünder? Ihr wollt also die neuen Rekruten sein. Bereit für mein Spezialtraining? Prinz Noctis, hab ich recht? Äh... Nichts sagen. Weil fair. Los, zück die Waffen. Hä? Denkt ihr, ich kämpfe alleine? Ich wurde bezahlt, damit ich euch helfe. Aber ihr müsst schon selbst mit anpacken. Aranea hat sich vorübergehend der Druckoper angeschlossen. Solange sie euch begleitet, kannst du weder angeln noch... Ne, die Galia oder Chocoboos benutzen. Commodore? Diese Ruine lässt sich bei Tage nicht betreten. Wenn ihr rein wollt, müssen wir warten, bis es dunkel ist. Was ist eigentlich mit den FPS los? Bis es dunkel ist, oder? Was ist das mal wahr? Weißt du das, Ignis? Nein. Was wohl mit den Bewohnern passiert ist? Geht rein und seht euch mal um. Okay. Ist das schon ein Dungeon, oder wie sieht's aus? Ja. Ne. Oder? Der Eingang? Ganz bestimmt der Eingang. Korrekt. Was ist das hier? Die Steiliff-Ruine. Lese ich nicht. Lese ich nicht. Lese ich nicht. Mag sowas nicht. So viel lesen. Ähm. Wenn das auch irgendwie nicht so verpackt werden könnte. Ist offen. Dann mal nichts wie los. Ja, gehen wir. Wieder so dunkel und man sieht nix. Woher der Elan? Wer waren die beiden eben? Du schienst recht vertraut mit ihnen. Wer? Bix und Wedge? Was? Sie dienen zwar in meiner Einheit, aber wir sind auch alte Freunde. Wie viele Stufen denn noch? Wir sind schon ziemlich tief. Bix und Wedge. Endlich ein Ende in Sicht. Die Leute hier müssen topfit gewesen sein. Ich will nicht zu weit gehen, sonst geht der Text weg. Warum ist hier Licht an? Ist hier etwa noch jemand? Unsinn. Erwartet keine Willkommensparty. Macht euch auf alles gefasst. Ist das jetzt ein Hinterhalt? Möglich. Hier scheint nichts zu sein. War wohl eine Fehlanzeige. Okay, ich dachte hier wäre wieder Spaß. Warum ist hier so ein Ding? Ich wollte erst sagen Goodydeckel, aber sieht mir ein bisschen zu gut aus. Was für ein Goodydeckel? Oh, holl. Und hier ist es schwer nicht. Kann mit daran her auch, sag mal, Gefäde. Luftrohheit. Was auch immer das heißt. Ich kam von dort. Ich habe also ein Häkchen. Wo der Goodydeckel war. Oh. Wann ist denn das passiert? Äh. Ich dachte, warum so wäre das runter? Weil ich ihn nicht mehr gesehen habe. Ich habe in die andere Ecke geguckt und dann ist da alles eingefallen. Ich habe in die andere Ecke geguckt und dann ist da auch noch ein Goodydeckel. Ich bin jetzt die Männchen weg. Die Wände sind stark verwittert. Sicher werden wir hier lebendig begraben. Passt auf, wo ihr hintretet. Ja. 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 Ich beschwöre jetzt bestimmt nicht hier in den engen Gängen. Irgendwem. Hab euch wohl unterschätzt. Okay, da geht es nicht lang. Dass die immer so langsam gehen wollen. Hallo. Wart dran. Da ist irgendwas größeres. Okay, ihr tut mir auf den Sack gehen. Gut, ich habe da einen Schlitter. Ist hier noch ein Gulli? Aber hier ist so ein Ding. Da gucken wir nicht einfach durch. Hallo. Oh, oder doch, kommen wir einfach durch. Das ist unglaublich. Wow. Ich glaube, ich träume. Sind wir unter Wasser? Mal nach oben. Ist das die Wasseroberfläche? Wie? Dann... Sind wir hier unter Wasser? Seht nur. Da schwimmen sogar Fische rum. Das ist ja abgefahren. Sind wir etwa wirklich unter Wasser? Ich krieg auf einmal so schlecht Luft. Irgendwie surreal. Mensch, Gladio verpasst was. Den ließe das sicher kalt. Da wäre ich mir nicht so sicher. Was sind denn die Fische, die... ...die erwähnt wurden? Da bin ich ein bisschen zu doof, die zu sehen. Egal. Geh mal weiter. Kann ich hiervon irgendwo? Oder sind die Fische oben am Schwimmen? Es hieß hier wären Fische am Schwimmen, aber... Ich stehe nicht, oder? Die mögen eigentlich Magie nicht. Glück habe ich... Warte, ich mach mal den hier. Ich mach jetzt sowieso nie benutzen. Äh... Wir hauen doch einfach mal drauf. Ich bin überwältigt. Oh, okay. Das war's. Dann wollen wir mal weiter. Wieso? Kooperieren wir mit dem Feind. Okay, dann hier rüber. Ja, mehr oder weniger. Irgendwie verdächtig. War... Na, Hockt? Hier stürzt nichts ein. Hm, hoffen wir's. Was war verdächtig? Wieso... ...wieso... ...wieso nicht erst was sagen und dann das andere? Ich wünschte euch das doch hören. Ich wünschte dir nichts mit sichern am Hut. Was soll das heißen? Das Militär und diese Sicher. Sie sind quasi unzertrennlich. Wieso? Weil ohne Sicherheitsmilitär nicht gibt oder umgekehrt? Wonach sucht das Militär hier? Nach Stichproben. Ich und meine Leute müssen sie suchen. Stichproben? Sicher. Und was? Was hat das Militär in den Sichern vor? Dreimal darfst du raten. Raten ist nicht meine Stärke. Ich schimpfe für militärische Zwecke als Waffe oder so. Diese. Aber hier, die doch ein bisschen überlevelt sind, sind die nicht wirklich ein Problem, die Gegner. Oh, du nehmst mich hin, mein Freund. Ja. Sind alle wohl auf? Ja. Und du Arane? Alles okay. Wie kümmern wir uns gegenseitig um uns selber? Was ist denn hier los? Ich meine, wieso? Das Imperium macht Waffen aus ihnen. Ja, hab ich ja gewusst. Ihr habt sie bestimmt schon im Einsatz gesehen. In letzter Zeit verhält sich das Imperium ziemlich dreckig. Puh, so war das doch schon immer. Stimmt eigentlich. Vielleicht sollte ich kündigen. Was? Sag, was würdest du nach deiner Kündigung machen? Naja, worauf ich eben Lust habe. Ich bin für alles offen. Ich könnte mit meinen Männern auf eigene Faust sicher jagen. Wow. Klingt nach Spaß. Oh, hier gibt es noch nichts, oder doch? Blocken. Parieren. Nochmal. Die Idee hat gar nichts, ne? Warte, die mögen mein Schwerst wirklich gerne, weil ich glaube, das sind grüne Zahlen. Grüne Zahlen sind nicht gut. Das ist glaube ich ja, dass es diese Zahlen sind. Das ist echt traurbar, Ranea. Oh, danke. Was findest du am Imperium denn so beunruhigend? Den Kaiser und seine neuen Generäle, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Und natürlich diesen schmierigen Kanzler. Ich hasse den Kerl. Was? Adam? Er schießt, der wäre ja irgendwie sein Kumpel oder sowas. Okay, dann müssen wir da lang. Irgendwie. Wieso schau ich mir hier alle in der Gegend rum? Ach du Heilige. Das stößt nicht an, oder? Nein, keine Sorge. Hey, ist was eingestürzt? Hier stört's schon nix ein. Komm schon da rüber. Kann ich einfach den hier machen? Ne, ich kann nicht. Mich rüber teleportieren. Warpen. Das wäre auch zu einfach. Ich hab auch keinen Bock, irgendwie hier runterzufallen und den ganzen Weg nochmal gehen zu müssen. Ja, hier stört's nix ein. Du brauchst hier kein Finger. Alles, äh, kein Problem. Ja, schießt er auf mich, während ich hier am Sachen machen bin. Das ist noch so ein, äh. Netter. Äh, oh, zu Minka geht's hier hin. Ja, irgendwie, irgendwo irgendwas. Hier ist irgendwie ein Weg, aber das ist eine Sackgasse. Ganz einfach, aber da ist auch ein Item. Mega Phoenix, gerne. Aber was ich auch noch machen wollte, dafür muss ich hier ins Inventar überprüfen und dann Y. Ich wollte das Ganze mal sortieren. Weil mir das ein bisschen auf den Keks geht. Was mein Inventar einfach so coolmull ist. Kann ich nicht ab. Auf Dauer. Ist ihr was? Bestimmt ist hier ein gewaltiger Schatz versteckt. Stimmt, das Gefühl hab ich auch. Wir sind hier, um Ersatzteile zu sammeln. Wieso? Ich konnte grad die ganze Zeit nicht laufen. Okay. Wo ist der Gegner? Okay, hier. Ich umgehe sie und greife von mir hin. Für euch die Deutsche. Okay, nicht gegen die Skelette. Aber gegen euch. Man ist wirklich, ja, ich glaube, es sind grüne Schadenzahlen. Also nicht mal Schadenzahlen, sondern Heilungszahlen. Sind alle wohl auf? Ja. Und du Arani? Alles okay. Okay, wo zum Henker, da geht's irgendwie lang. Ich guck mal, Kurs auf die Karte, da ist nicht die Karte. Äh, ich glaub, da wo ich gucke, da kam mir her und da ist irgendwie alles eingestürzt. Okay. Wollen wir in die Richtung. Okay, schon gut. Wollte eigentlich rüber, aber... Hier fällt einfach alles zusammen. Okay. Ich glaub, das wär ne Sackgaste, aber ich seh' gerade, es geht dann hier doch noch ein bisschen weiter. Ähm, ich geh' erstmal in die andere Richtung. Ich weiß nicht mehr, woher kam und wo... Hier kam auch, glaub ich, her. Moin. Hier waren die FPS-Karte, so im Keller. Wie zu erwarten war. Und danach noch so viele. Schluss mit dem Geplauder. Räumen wir auf. Du magst wahrscheinlich nicht, dass groß wird nicht hier. So, mach ich mal. Mach mal den hier. Komm, mach's bitte. Ich sollte vielleicht mal heilen. Ich sollte vielleicht mal heilen. Geekles, wir brauchen nicht mal. Noctis MP ist irgendwie nicht so geil. Äh, MP war schon Kaffee. Iiii, aber... Die maximale Kaffee, kriegst du... Cool. Wieso Ruppe ist hier und da? Ja. Großartig Loch. Kinderleicht. Das war's. Dann wollen wir mal weiter. Hä? Was ist das? Hä? Hä? Okay. Da hat sich die Brücke wieder gebildet. Nicht so hastig. Da geht's lang, da geht's lang. Okay. Wo zum Henker soll ich jetzt lang gehen? Das ist eine Sarkasse. Das ist eine Sarkasse. Gehen wir erstmal hier rein. Ich muss, glaub ich, ein Elixier nehmen. Ist das lästig. Klappen tot, trotz der Tod. Was denn? necessiert da zu sein. 殺 사람들 Game mit seinem einen Parece runter Drew weiter so Occasionnn. Aber... ... übrigens so, would you be weet Nest, warum ich denke, bei dem Rudings oder wie die heißen. dass wenn ich das schweb benutze dass ich nicht sicher bin dass ich den schaden zufüge oder sie heile das liegt daran dass ich fahre sind also nicht eine treppe eine treppe ins nirgendwo eine treppe also nicht komplett fahren sind sondern nur rot grün sind und ich wenn das grüne zahlen sind dann kann ich nicht erkennen weil die wir zu nah an dem orangen gelben weil wir sind dass ich nun wirklich sehr schlecht auswählen kann alles ok da unten oder gut mann kg schlangen und hier ist das alte mir holen super elixier ich mich verkastbar das wieder fragezeichen aus häkchen nacken das ding hat und hat das jetzt hier der spaß ist hier wo das alte fall runter und hol wieder seite also und die wieder hoch wo das alte geholt hat es besser gesagt da habe ich ja jetzt schon keine lust drauf ich nutzen elixier weil wir haben ein paar ich glaube das ist eine fähigkeit von den monstern dass wir unsere maximal tp verlieren oder lp sie ist es hier weil das immer mit und ist wahrscheinlich geht es wieder kaputt wir kommen auf rüber okay ich war doch noch irgendwo weiter hier nicht unbedingt woher stehen geblieben weil die anderen die haben auch wenig maximal lp ich weiß gar nicht wo es angeht um ehrlich zu sein ich bin ein bisschen sehr verwirrt sie haben ein bisschen wenig maximalen lp weil das wird ja wohl an dem ding ist liegen an die monstern irgendwelche attacken drauf haben mit ja ich bin hier bestimmt ist der schnitt da aber ich bin hier auch schon wieder maximal lp ich hätte gerne luft hoheit gesehen aber ich kann es nicht einsetzen wieso kann ich jetzt nicht einsetzen aber ich habe ich jetzt irgendwie nicht mitbekommen okay wir sind wieder hier hier können wir rüber wissen wir das denn natürlich die brücke hier nicht einstürzt drüben sind wir wohl nicht erwünscht sollten wir uns nicht aufbringen drüben sind wir Ist hier noch was? Ich wollte eine Exekutive machen, aber... Oh, die waren zu schnell tot. Die Gegner. Das hier sieht auch irgendwie wie ein Kampfplatz aus, aber auch nicht. Hier ist wieder so ein Goodie, wo ein Häkchen erscheint auf der Map. Ja, hierhin. Er sagt, das wird doch alles zum selben Kampel hier. Dann ein Häkchen da. Ich habe eine Karte, also so verlaufen werde ich mich höchstwahrscheinlich nicht. Ich habe einen Talisman. Hallo. Hörst du auch? Hilft mir keiner, verdammte Kacke. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich gerade hier alleine kämpfe. Wo ist denn der Rest vom Fest? Sind wahrscheinlich eingesperrt, ne? Weil überall sind Pieter vor. Hier muss ich ja mal aufpassen. Kann auch keinen irgendwie rufen. Okay. Sind die Gitter weg? Alles okay? Ihr Deppen. Okay, dann wollen wir erstmal hier lang. Weil ich hoffe, hier sind Items. Sind hier nicht. Hier ist wieder so ein Goodie. Deckel. Deckel. Keine Ahnung, was das für Dinger sind. Ich weiß es tatsächlich nicht. Weil die sehen halt irgendwie so ein bisschen deckelmäßiger aus. Okay, hat ja gut funktioniert. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ja. Ich nehme nochmal ein Elixier. Einfach wegen der Max TP. Komm auf das Krim Brülee. Warum er ist so heiß? Weil die immer irgendwie Pudding oder so heißen. Der Brülee ist glaube ich auch ne Art. Ist das ne Art Pudding? Hier ist kein Item. Hier noch ein Goodie. Gehen nochmal zurück. Ne, ich habe den Goodie auf der Seite. Weil das ein Häkchen. Geht die Dungeons alle so dunkel. Wenn ja, ist das, wenn ich das lustig hier. Wir sind hier ein paar Gegner. Ja. Litsch. Das ist einfach Litsch. Das ist einfach Litsch. Ja. Bin ich hier allein mit ihr. Äh, ich benutze lieber den Haltrank. Weil so viele Elixiere habe ich das auch wieder nicht. Gehen wir jetzt auf den Pudding ehrlich. Sein Gesicht. Ich nehme mal ein Gegengift. Aranea ist auch ein bisschen am sterben. Ich bin mir gesagt mit B ausweichen und das ist ja die Angriffsflaste. Ähm. Ja. Ob noch der Skingift. Auf. Kann Aranea nicht heilen oder was? Okay, gut. Ich habe keine MP mehr. Ne, nicht. Ich muss mal hier weg, weil die Kamera echt ein bisschen kotzer ist. Ahanea ist besiegt. Als würden die immer stärker werden, wenn nicht bald etwas geschieht. Ihr Gegengift macht das, damit er sich regenerieren kann. Die ganze Welt? Das wird ja echt immer schlimmer. Wieder hier ein Gully. Hier ist ein Gully. Meine... Wieso regeneriere ich keine MP? Regeneriere ich nicht eigentlich MP, wenn ich außerhalb meines Kampfes bin. Aber da steht MP Stase die ganze Zeit. Okay, wir gehen hier mal runter. Wenn das ein größerer Raum ist. Okay, mir wird... Oh, mir werden Magie gegeben. Ich weiß aber auch nicht, welche ich dann wirklich benutzen sollte. Na ja, hier. Ich glaube, ich lasse die Deutsche mal Gedenken uns. Nimm mal Blitzreihen. Ich habe ein Feuer Schwert, glaube ich. Ein Eis Speer. Nämlich Blitz-Magie rein. Das ist falsch. Oder labere ich hier gerade Müll. Ja, der Flammzunge ist Eis Speer. Äh, hier. Du wirst zu... Habe ich Blitzreihen? Blitzreihen. Warte, ich habe gesehen. Ich habe da eine Magie, die ein bisschen... Ne, ich dachte, ich hatte gesehen, dass da irgendwas mit 3 steht. Äh, mit 6 meine ich. Mit 6 statt 3. Aber ich habe nur... Okay. Wir sind auf jeden Fall heilen. Aber näher, kann ich dich heilen? Nur. Wow, so viel Platz. Viel Platz für ein Riesenmonster. Wennsgroßes triffst du wenigstens mal. Okay, ein Drache. Moin. Ist das laut? Wie bist du so laut? Was bist du so laut? Was bist du so laut? 3. 4. Ich habe... Es ist Quesser Kornel und ich habe... Natürlich Blitz mitgenommen. Für ein Blitzmonster. Ich konnte es ja nicht wischen. Aber du magst wahrscheinlich, weil du ein Drache bist. Machst du kein... Wir haben ja erstmal eine Version dabei. Und zweitens... Machst du wahrscheinlich keine Sperre, weil du ein Drache bist. Okay, äh... Ich sollte mal... Ja, ich sollte heilen. Weil... Ignes gerade nicht... Also wir haben noch nicht die... Geiste dafür für Ignes. Was ist mit den FPS los? Ja, ich sollte, glaube ich, Araneas... Ginges... Äh... Machen. Die Glocken... Okay, kein Parian. Was ist mit den FPS heute los? Ja, ich sollte mal kurz heilen. Weißt du was? Ich hab das hier gesehen. Ich schill mal ne Runde, während ihr da macht, ne? Mach mal den... Und dann mach ich den... Ja... 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 Der ist einfach ungekippt. Das ist einfach tot? ich habe euch wohl unterschätzt wird ja auch ein dragoon dabei bei einem drachen ich denke wir sind hier fertig ja du meintest das imperium macht sicher zu waffen oder die magitek infanterie ist euch ein begriff oder klar die blecheimer sind bei der erforschung von sichern entstanden von sichern das imperium spielt mit ganz dunklen mächten passt bloß auf prinz entschuldige könig ja eigentlich hatte sie recht mit könig es war ein dummer spruch aber sie hat eigentlich recht weil das und der könig ist der tod und ob das war der prinz so ist er jetzt der könig eigentlich aber keiner will das war da ist er ist es ist so wie es ist ich möchte noch ein bisschen umgucken ich weiß sowieso dass ich mich aus denen dann schon jederzeit raus teleportieren kann glaube ich ja zum eingang deswegen will ich mich hier noch ein bisschen um gucken aber hier ist ja irgendwie gar nichts wie sie sehen sind sie nix und noch ein bisschen um aber da ist eigentlich auch nichts ist bisschen schade ein cooler drache irgendwie cooler ort hier mit dem wasser unter wasser sein aber irgendwie ist hier alles voller luft und so ist alles ziemlich cool und dann irgendwie war der kampf nicht so geil weil erst ist die kamera zweitens dann die fps probleme aber das weiß ich nicht ob das irgendwie bei mir irgendwie was war aber normalerweise läuft das spiel ja rund keine ahnung was das war oder haben sich die einstellung wieder geändert wo ist anzeige einstellung genau ich habe nichts verändert ich gucke mal ob hier irgendwie kann ich kann ich ganze karte gerne mal sehen das wäre sehr nett ja die karte nur da aufgedeckt wird wo man lang geht dachte ich erst hier wären also beziehungsweise hier wenn weg weil auf der karte wenn ich sie hier aufrufe ist ja hier was zu sehen gewesen aber das ist hier auf der auf der mini map sehe ich da ist nichts kann ich nicht den ganzen dann schon sehen noch mal gucken ob wir überall waren ja zurück zum eingang mehr was wollen wir hier noch groß das habe ich brauche schon also gelesen ich habe es mal angeklickt